staubsauger aktiv was nein diese finde ich unschuldig ich habe nichts geklaut hallo hallo und herzlich willkommen zu einem ach lasst mich doch in ruhe ich muss mir definitiv einen neuen intro text einfallen lassen und mir ja mal in die kommentare schreiben was so zu meinem sif-skin passt und heute gibt es auf jeden fall wieder atlantica und ich entmute mich jetzt und wir fangen an zu spielen und es gibt eine neue mitspielerin auf die ich schon sehr gespannt bin mal schauen was sich so alles ergibt im laufe von atlantica und dem weiteren projekt ich wünsche euch nichts dass du trotz schon mal viel spaß bei der folge ich hoffe die wird so lustig wie sonst auch immer und auf geht's stark an sich die wand du hast geleckt mein freund du hast geleckt ja lecken das tut er gerne er tut gerne lecken er tut gerne lecken ja woran denn kein Eis lecken ich leck gerne an Eis naja ich kann es wahrscheinlich einschätzen aber ich denke mal dass er schon gerne an gewissen stellen einer frau und egal du ferkel woran denkst du denn jetzt ähm an nichts schlimmes so freunde was ist denn hier die bei dir fehlt ja auch eine tür killerriegel ähm ich hab hier sechs türen also ich kann euch gar nicht eine abgeben die bei mir fehlt eine tür ja bei dir fehlt die tür ja ich hatte auch eine die musste ich auch erst wieder hinsetzen wo seid ihr mal nochmal hier ja der hat uns die türen geklaut er brauchte welche du beleidigst den ja auch am stück also wirklich kleine aber gemütliche wohnung sehr schön hier vorne ist eine fette kist mein zimmer ich mache einen durchbruch wieso bist du durch die tür gekommen wobei sowas müssen wir jetzt eigentlich machen leute shit da ist wirklich die tagesaufgabe hier unten ist was was ist das denn wichtig ok aber seitdem hat uns ähm diamantschentiefes meine ich hab ne änderungen änderungen zeig mal 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 ich will aber lesen oh ich will auch mal lesen soll ich lesen der der nicht lesen kann will lesen also wir können die schon drin schätzen kleine änderungen diamantsachen sind ab heute erlaubt sowie verzauberungstisch neta portal und braustand findet das neta portal und beweist euer können um die holde mai zu retten als belohnung erwartet euch mein respekt und die chance an meiner seite gegen meinen meister zu kämpfen Poseidon 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 hat einen Meister Interessant bestimmt der Papa ja aber wer ist denn bitte der Papa von Poseidon ja er ist sowieso grün in den Ohren ich will das vielleicht aber ich habe schnickestiefel ich habe schnickestiefel oh was Moment findet mein schloss mit dem meta portal Poseidon ja aber wir sind doch nicht beansatzweise ausgerüstet Leute wie soll ich ich gehe erstmal ganz kurz woanders hin wir haben ja das oder Blacky du kommst mit ich komm was wieso komm ich auch mal mit sonst naja ok wir beide haben doch das letzte mal unseren Raum angeguckt äh ja jetzt muss ich nur noch ich seh nichts jetzt muss ich nur noch überlegen wo der war ich muss erstmal nach oben ähm ich habe keine Tür mit ich habe vier Stück dabei sehr gut äh wo seid ihr ich bin hier unten Melonen 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 wo ist Alk hier unten Alk ne kommt mal zum Raum von ähm zum Secret von ich hab keine Ahnung wo der ist ich war da noch nie ich weiß auch nicht mal wo der ist ja äh ich weiß ich hab auch vergessen wo der ist ich seh ihn seh ihn ich seh niemanden hier guck mal guck mal kommt mal hoch äh ich komme hoch oh mein Gott das ist ja voll schön hier Sascha umdrehen na Atha 1 1 2 hier fehlt da noch jemand ich bin ich nicht ich bin schon da ok ich höre schon wieder niedliches Gurgeln von ein paar ertrunkenen ja die wollen halt mit dir kuscheln doch ich will aber nicht kuscheln Mann äh ich komme hier nicht runter au so wir haben das letzte Mal vergessen die Kiste hier nämlich zu looten ne welche Kiste die war noch gar nicht da doch ne doch never never oh so ich hab eine Glitzermelone juhu wer hat sich jetzt ich hab für jeden einen Goldapfel Goldapfel? so irgendeiner hat instant alle Goldapfel gesnackt hier da ja weil ich aufteilen muss hier ich hab auch ich hab noch keinen ja hier ich hab noch einen einen Amos Stand hab ich auch du? wer hat jetzt alles eine Glitzermelone und wer hat keine? ich hab noch keine Glitzermelone eine ich hab nur eine staubsauger aktiv staubsauger aktiv nein diese finde ich unschuldig staubsauger ich habe nichts geklaut hallo? ähm die prismarinen blöcke würde ich sagen wir haben jetzt zwei äh äh akvisi... ak... ihr wisst schon was ich meine lass die an genau wissen wir die brauchen wir die für irgendwas? dass du unter Wasser atmen kannst äh nein ich meine die prismarinen Dinger ja die brauchst du zum äh atmen unter Wasser für den akvisi... 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 ja du brauchst du prismarinen um den akvisi... akvisi... wirklich aktiv zu ich muss erstmal nach oben ich muss nach oben ich muss nach oben boah geil ähm wer hat denn die anderen wer hat denn die anderen blöcke eingesammelt? die hier? ja werf mal her ich baue uns hier gleich was auf und... ich komm nach unten hab dir das du schon mal geschnuppert? das ist echt komisch ich schätze mal dass das hier auf dem Schild steht mit dem Schloss das wird bestimmt auch unter Wasser sein ja es ist... ich hab... ja wenn wir akvisi antworen ich habe zwei weil neder klingt schon sehr... au ich werde schon wieder gegrillt ich habe zwei akvi... warte zwei konduits so und vielleicht brauchen wir ja noch einen ähm ähm ich höre schon wieder Kurgeln rausgelassen wie gefallen euch meine neuen ähm deine neuen Klamotten sehen stylisch aus richtig fancy das ist die das ist fancy ja 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 guck mal der... Ike du verreckst wieder ne ne ich geh hier einfach in die Luftblasen rein dann krieg ich ja wieder Luft ach wie immer halt die Schnauze ich tu mal die restlichen Diamantstiefel äh in die Ausrüstungskiste hier ok blum blum so meine Eisenstiefel die schnippt man dazu wie sollte man das Lager dann irgendwo anders hin verfacht leider ach falls... falls... falls unser... falls unser Schimmelmann wiederkommt ja Schimmelkäse passt iiiiiiiiii boah Igel das ist so eklig was denn? . okay au oh Dala wird auch gebrannt äh was macht ihr denn jetzt eigentlich? ich werde immer wieder in die Luft geblasen wenn ich hier stehe hab ich... krieg ich auch Duft also ich klau mir aus Tirox seinem Vorrat noch ein paar Pilzsuffen mach das nein 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 Scheiße. Ah ne. Au. Au. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Also eins noch. Eins, zwei, drei. So. Ich baue die Tür ab. Eins Tür. Wo seid ihr denn um Himmels Willen? Guck mal da aus deinem Fenster raus. Ja, wir haben Sauerstoff. Nein. Wir haben Sauerstoff, Leute. Auch noch ringsrum, Alk. Nee, ich habe jetzt nur noch 20. 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 habe ich jetzt schon verbaut. Und wenn wir bei dem Schloss noch, was wir suchen sollen, welchen setzen wollen, haben wir keine Blöcke mehr. Ja. Dann gehe ich aber erstmal die Kisten weg. Ich mach das jetzt voll, ich kann dir aber nicht versprechen hier. Und... Ich hab da rot. Ich hab da rot. Was ist das? Nein, noch nicht. Da fehlen noch mal eins. Drei, sechs, neun, zwölf Stück brauchen wir noch. Aber auf jeden Fall ist die Range größer, das erste Mal. Ähm... Warum hat Taylor gerade nicht so viele Pelzsocken? Wir trinken jetzt wenigstens. Durch die Kühe. Was ist das denn für ein cooles Ding, Mann? Äh... Ich möchte auch ein Fenster. Ja... Da sieht auch noch die Fenster aus. Hast du doch... Hier oben? Du hast nach oben... Du hast nach oben ein Fenster. Ähm, Hilfe? Äh... Ich warte... Wo bist du denn, Cassidy? Huch! Warte... Tschüss! Da hast du doch ein Fenster. Ja, ich hab's nicht gesehen. Uah! Ich werd schon wieder abgeschossen! Äh... Ja... Lass die Quotenschwarze zuerst rein! Uhuhu! Wo kommt denn der her? Ach... Was ist mit dem eigentlich Schaden? Ne, wenn das Ding voll ist, ne? Kriegen die Schaden. Ja. Darf ich mir ein Eisenschwert machen? Ja. Ich würde auch gern eins nehmen. Ich frag lieber nach, bevor ich etwas mach, was ich nicht darf. Die Ressourcen sind da, um verballert zu werden. Hallo Pyr! Wie geht's euch? Soll ich nochmal gucken, ob ich runtergehen soll in die Mine, um Diamanten zu farmen oder so? Ähm... Wir könnten uns aber auch auf die Suche nach Kisten machen. Weil ich... Scheiße! Ich... Ähm... Ich tu mal im Tyvex Haus den einen Gold abzufüllen. Sonstiges? Erze. Zwei. Ich mein, wir haben 15 Diamanten. Das reicht nicht für ne Dia-Rüstung für jeden. Da müssen wir definitiv gucken, dass wir da... Also draußen ist grad gefährlich. Wollte wir kaufen ne Dia-Rüstung, um da durchzuhalten? Hm... Aber wir können nur einen... Was für den Kisten... Ich hab auch noch drei... Blöcke. Die hab ich doch gefarmt. 24 Diamanten? Brauchst du für eine ganze Impfkuss? Ich hab 27 insgesamt und die Schuhe hab ich da schon. Den Helm jetzt hier und Brust... Also ich... Ich hab noch sieben Stück. Ich könnte noch jemanden ne Hose machen. Ne Hose? Jupp, ich hab zwei Hosen, wer will. Äh... Ich will ne Hose. Ja, dann gib dem... Gib dem Killer-Regel eine Hose. Ich werf sie einfach da... Einfach da hin und gut. Prügelt euch! Wer hat sie denn jetzt? Weiß ich nicht. Sascha, nimmst du die hier? Die ist wenigstens verzaubert. Ich werd jetzt... Warte mal, wir haben ja... Hier haben wir noch 15 Diamanten. Das sind... Achte... Brustplatte und Helm. Ja, wir hatten jetzt... Wir hatten jetzt noch ne... Wir sollten erstmal für alle ne Dia-Hose noch machen. Oder? Also ich bin Full-Dia. Ich brauch nix. Fehler-Regel. Ich hab hier was für dich. Eine Hose. Also zwei Hosen kann ich aus den Dias machen. Hat jemand noch Verbrauch? Riegelchen! Ja... Ich bin schon mal... Ich hab ne Dia-Hose für dich, weil Dala hat ja glaube ich schon eine. Ich bin im Zimmer. Och, jetzt hör doch auf rum zu heulen, Mann! Sei ein Mann! Keine Memme! Du altes Weichei! Ich wollte nur meine Pilzsuchen holen. Da! Ach, hab ich was vergessen. Was? Haben wir noch Weizen? Äh... Wer braucht jetzt noch alles Dia-Sachen? Also ich brauche... Wir brauchen noch Brustplatte für jeden und... Eins... Zwei... Äh... Und Helm für jeden, ja? Vier... Fünf... Sechs... Acht! Ich hab nochmal Achte! Machst du Acht? Gears! Ah! Äh... Ich... Ich werd jetzt nochmal ein bisschen unten in die Mine... Ja, ich bin hier... Äh... Haben wir eigentlich geschafft! Hm? Koordinaten haben wir jetzt nicht vom Poseid bekommen. Ne, aber ich und Tyrox hatten ja immer so ein... Kleines, großes, helles Lichtlein gesehen. Ähm... Wollen wir das prüfen, Alk? Ähm... Können wir gleich machen. Ich hab jetzt... Wie gesagt, hier... Ich war nämlich in Svenja's alten Gang. Sascha... Da! Ach... Ich kann mir ne Brust machen. Auf welcher Höhe befinden wir uns eigentlich? Ähm... Ich brauch schnell Holz... Äh... Du bist eigentlich die perfekte Diafrau. Ich hab mal... Ich hab mal ein paar Pilzsuppen mitgenommen. Na, ich will nochmal ganz kurz runter. Ähm... Wann nicht? Weil wir sind ja noch nie alle voll... ... Tier. Das ist mir auch immer so. Ich muss mal gucken. Ich hab so ein scharfenes Treibbuch. Ich würde das gerne auf ein neues Eisenstoff verzaubern. Na, hast du nicht sowieso ein verzaubertes Schwert? Keri... Kerkikons... Kerkikonschnitzer oder wie das hieß? Warte mal, machen wir noch zwei Diamanten... Nehmen eben... Fest. Brauch... Brauch du einen Diamanten... Oh Gott... ...und ich freitags mitnehmen? Ähm... Könnt... Könntest du machen eigentlich? Also das musst du wissen... Ich weiß dass ich sterben werde mit meinem Glück, was ich hab. Du, äh, bei mir ist das nie viel anders, weil wenn ich sterbe, dann ist mein schöner, verzauberter Bogen weg. Ich tu mal, ich hebe mir das mal auf. Gold, 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 ganz viel Gold. Also ich hab mir ja zum Anfang einen gecraftet, den nehme ich mit und den zweiten werde ich wohl zu Hause lassen. Also ich nehme jetzt, meine Angel lasse ich auch da, die Angel hat zu viel Arscher noch unten rein. Äh, ja. Ach, wollt ihr dann, äh, wollt ihr dann direkt los zu dem anderen Tempel, oder was? Na, wir suchen einfach mal. Ja, aber ich... Naja, wir können ja erstmal dieses große Licht überprüfen, was du meinst halt. Wir müssen auch immer noch diese, äh, Statuette finden von dem. Ich nenn die Glückskicks. Was für eine Statuette? Na, wo eine Kiste von dem sein soll, irgendwie. Statuette? Ja, so eine Statue. Ich hab die dazu. Ja, aber ich hab doch, äh, 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 haben wir nicht sogar schon eine gesehen? Da hattet ihr doch, äh, äh, da hab ich euch doch gesucht, bis zum Gehtnichtmehr. Ja, aber da war ja halt nichts. Also muss ja irgendwo noch was sein. Psst, das ist ja die Wollte was haben. Ja, jetzt. Ähm... Also ich hab jetzt hier keine mehr gefunden. Au. Ist da immer noch dieses Vieh? Ja. Wo, 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 wo ist der Ausgangsspur wieder? Ich hab eine Orientierung, ehrlich, also es ist wahnsinnig. Oh, wo kommst du denn her? Ah, äh, oh, scheiße. Da. Da ist der Ausgang. Für Lava? Lava? Seid ihr schon... Seid ihr schon weg? Ähm, nein, ich bin noch unter Tage. Ich bin noch unter Tage grad. So. Ich komm, ich komm gleich hoch, ich komm gleich hoch. Sind nur im Riff Kisten oder auch außerhalb? Außerhalb. Wo ist es? Da sein. Krass. Ich hab noch jede Menge Steine, die ich nicht brauchen kann. Spaller sind die Kisten rein. Ja, hab ich ja auch, aber die Kisten sind voll. Dann setz neue Kisten oben, die Bäume sind gewachsen. Juhu. Ich hab Angst, mich zu verlaufen. Zu verschwimmen. Ja. Ja, ich hab mich laufen verschwommen. Ja. Ich glaub, ich seh da so ne Art Statue. Ich seh auf jeden Fall ein Dreizack von hier aus. War das nicht die... Ja, ich bin auf der Plattform oben. Und hör wieder ein paar lieblich gurgelnde Ertrunkene. Ja, die sind Fans. Hm. So, ihr kriegt ja sicherlich mit, was hier grad abgeht. Uns fehlen noch zwei Kisten, die versteckt sind. Ähm, das werden wir jetzt in der nächsten Folge machen. Denn ich werde jetzt einen kleinen Tipp geben, damit wir die Kisten auch mal finden. Damit es mal wieder ein bisschen spannender wird. Und wir sehen uns dann gleich zur nächsten... Also, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye. Bis dahin, bleibt entspannt.